Kannst du nicht einfach deine Fresse halten, dachte ich, als mich Herr Rehkheips wieder zutextete. Er erzählte uns von Verkaufsstrategien und fragte uns zum dritten Mal, ob wir die Kunden auch wirklich immer fragten, ob sie noch etwas wollen würden. Für Ralfs Hähnchen lief es nicht gut. Hähnchenwagen hatten sich vielleicht überlebt. Die anderen Leute im Raum schienen ganz wie ich zu fühlen. Bitte, bitte, hör auf zu reden, dachte ich. Aber was blieb mir übrig? Was für einen Job könnte ich sonst machen? Ich versuchte, das Gelaber von Herrn Rehkheips auszublenden und dachte an Klaras Gequieke. Sie war wieder dagewesen. Jeden Freitag kam sie gegen Schichtende zu meinem Wagen. Dem Dorf fiel es zum Glück nicht auf, dass ich immer eine halbe Stunde früher Schluss machte, um es Klara auf dem Boden zu besorgen. Es machte mich immer noch an, auch wenn es jetzt schon seit zwei oder drei Monaten so ging. Sie war einfach eines Freitags, als ich in Guckdorf mit meinem Wagen stand, zu mir gekommen und hatte mich gefragt, ob ich sie schön finden würde. Sie war etwas dicklich, aber nicht hässlich, und so machte ich ihr ein Kompliment. Wir hatten ein wenig geredet, und kurz vor Ende der Schicht war sie in meinen Wagen gekommen, und wir hatten zum ersten Mal miteinander gefickt. Nach über einer Stunde ließ uns der Chef endlich gehen. Mögliche Änderungen, Markttheorien und anderes Zeug. Es waren einfach Hähnchen und sie verkauften sich nicht. Fertig. Als ich zu Hause ankam und mich hinlegte, dachte ich wieder an Klara. Übermorgen war wieder Freitag. Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Wagen nach Friedrichshausen. Wieder ein elendiges Kuhkopf. Ein paar Kunden kamen, nahmen fettige Hähnchen mit nach Hause oder aßen sie schon dort. Die Zeit verstrich langsam, und ich starrte die meiste Zeit einfach nach draußen. Hin und wieder ging ich raus zum Rauchen. Als ich meine sechste Zigarettenpause machte, sah ich in die Ferne. Und runzelte die Stirn. War das Klara? Sie war zu weit weg, um das sicher sagen zu können. Sie stand kurz da, sah mich an und verschwand dann in einer Nebenstraße. Ob sie es gewesen war oder nicht, konnte ich nicht sagen. Endlich war es wieder Freitag. Es irritierte mich immer noch ein wenig, wenn ich sah, wie Klara auf den Wagen zukam. Nie in Eile. Immer nur Stück für Stück. Es erregte mich zu sehen, wie sie quälend langsam auf den Wagen zuschritt. Nachdem ich den Wagen verschlossen hatte und wir Sex gehabt hatten, fragte ich sie, ob sie das in Friedrichhausen gewesen war. Sie verneinte und sah ziemlich irritiert aus. Die nächste halbe Stunde war sie eigentlich wie sonst, aber irgendetwas Befremdliches hatte sich hinzugemischt. Als sie gegangen war, machte ich ein Häkchen auf dem Kalender, auf dem die Plätze vom Hähnchenwagen für jeden Tag eingezeichnet waren. Vielleicht wusste sie es daher. Das Wochenende verbrachte ich wie immer allein zu Hause. Es langweilte mich, aber mir blieb nichts anderes übrig. Am Sonntag bekam ich auf WhatsApp eine Nachricht aus der Arbeitsgruppe. Morgen Spezialversammlung vor Schichtbeginn. Ja, da freute ich mich. Am nächsten Tag weckte mich mein Wecker noch früher als sonst und ich quälte mich zu der Besprechung. Herr Rehkaibs hatte mittlerweile einen Masterplan vorliegen, eine Routenänderung. Er erzählte diesmal etwas von Rotationssystemen, Sympathiekomponenten und benutzte viele Begriffe, die ich nicht verstand. Letzten Endes sagte es einfach dafür, dass ich nun anders fahren musste. An dem Tag zuerst nach Egeldorf, morgen Helmheim, Mittwoch Kauweil, daran hatte sich nichts geändert, und Donnerstag Neufundbach, freitags wieder Guckdorf, auch das war geblieben. Es beruhigte mich sehr, denn ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich Klara hätte Bescheid sagen sollen, beziehungsweise ob dann dieses Gespann überhaupt noch weiter möglich gewesen wäre. Die Woche verlief belanglos und nur Freitag war wieder ein Lichtblick. Klara kam, wagen zu Sex, ich kam. Als sie sich wieder in ihre Bluse presste, fragte sie ganz plötzlich, Ist das was Ernstes? Ich war etwas überfordert mit der Frage. Wie meinst du das? brachte ich irgendwann heraus. Sie sah mich nur an, aber wechselte dann das Thema. Am Wochenende bekam ich eine weitere Nachricht mit einer kommenden Besprechung. Herr Rehkalbs machte noch mehr Druck und ich hatte das dumpfe Gefühl, dass diese Einsatzbesprechungen zur Routine werden würden und bald einige Leute ihre Stelle verlieren würden. Am Dienstag war wieder Gehalt auf dem Konto und ich rechnete durch, wie ich möglichst wenig diesen Monat ausgeben könnte, um überhaupt eine Rücklage zu haben. Am Mittwoch meinte ich wieder Klara gesehen zu haben, wieder weit im Hintergrund. Ich war mir zu 80 Prozent sicher, aber eben nicht zu 100 Prozent. Am Freitag sprach ich sie wieder darauf an, diesmal wohl etwas zu penetrant, denn statt das Thema zu wechseln, sah sie mich wütend an, sagte, dass es aus wäre und verließ den Wagen. Ich machte mir Vorwürfe und ertränkte sie in fettigem Essen und ein paar Bier am Wochenende. Die Arbeit machte mir immer weniger Spaß. Zum einen war dort Rehkalbs, der sich völlig in seinem Wahn zu verlieren schien, und zum anderen gab es keinen Lichtblick mehr in meiner Routine. Am Mittwoch glaubte ich wieder Klara gesehen zu haben, auch am Freitag, weit weg, aber sie kam nicht zu mir, sondern stand nur da, wenn sie es denn war. Irgendwann schloss ich den Wagen und wollte zu ihr, aber dann war sie weg. Es war also endgültig vorbei. Die Woche darauf sah ich sie öfter, jeden Tag mittlerweile, und es wurde langsam unangenehm. Was anfangs einfach etwas seltsam war, machte mich paranoid. Zusätzlich war irgendwie herausgekommen, dass ich einige Zeit den Wagen ab und an früher zugemacht hatte, was Rehkalbs auch an mir ausließ. Ich fühlte mich verfolgt, und gleichzeitig wurde die ganze Zeit die Angst, meinen Job zu verlieren. Eines Abends, als ich mit dem Bus nach Hause fuhr, meinte ich Klara, sogar am Straßenrand gesehen zu haben. Ich sah sie langsam überall. Ich überlegte, ob ich die Polizei rufen sollte, aber was hätte ich sagen sollen. Mit der Zeit wurde ich immer sicherer, dass es Klara war, denn sie kam immer näher, sodass es nur noch die Spur eines Zweifels gab, dass sie es nicht sein könnte. Schließlich gab es die ersten Entlassungen. Erst Bosch, der schon länger nur noch angetrunken auf die Arbeit kam, und dann eben ich. Aber der Verlust der Arbeit ließ den Stress nicht abfallen und verminderte ihn nicht. Im Gegenteil, ich widmete mich nun vollkommen meiner Paranoia. Mehrmals am Tag sah ich raus durch die Schlitze in den Rollladen, ob Klara dort war. Erst dann verließ ich das Haus zum Einkaufen. Es blieb einige Zeit so, doch eines Tages stand sie da, starrte zu mir hoch. Es war nicht nur der Fakt, dass sie dort war. Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass sie wusste, dass ich nach ihr Ausschau hielt. Sie musste mir ja schon einige Zeit nachgestellt sein. Schließlich hatte ich sie auf Teilen der Route gesehen, wo sie nicht hätte sein können, weil sie den neuen Plan nicht gekannt hatte. War sie es vielleicht gewesen, die es Rehkalbs gesteckt hatte, dass ich den Wagen früher zugemacht hatte? War sie schuld daran, dass ich meine Arbeit verloren hatte? Ich verließ das Haus nicht. Irgendwann rief ich die Polizei an, aber stellte mich so blöd an, dass der Wichser am Apparat mich nur auslachte. Ich teilte mein Essen ein und schaute ständig durch die Schlitze, doch jedes Mal stand sie dort und starrte mich an, wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war. Als es klingelte, zögerte ich erst, doch dann öffnete ich die Tür und ließ sie hereinkommen. Es blieb mir anderes übrig. Ich denke, ich bin glücklich. Wenn eine Firma schließt, vor allem auf dem nicht regulären Weg, muss jemand den Müll wegräumen. Dieser jemand bin ich. Ich packe alles, was ich an Papieren finde, auf einen Wagen und werde es dann vernichten. Datenschutz und sowas. Bei meinem jetzigen Auftrag wurde schon viel weggenommen und die meisten Schreibtische sind leer. Wenn alles gewischt worden wäre, würde es ein wunderbares Werbebild für Nachmieter abgeben, aber überall liegt Staub. Ich habe keine Ahnung, was mit den Büroanlagen passiert, ob sie einfach so bleiben, Nachmieter finden oder vernichtet werden, und es interessiert mich auch nicht. Ich gehe zu einem der Schreibtische, auf dem noch Papiere liegen und packe sie auf meinen Wagen. Dann ziehe ich die Schublade des Schreibtisches auf und ziehe reflexartig die Augenbrauen zusammen. Vor mir ist ein Gesicht, gedruckt auf Papier, und als es sich leicht bewegt, entfährt mir ein kurzer Schrei. Hey, nicht erschrecken, nicht so laut, vielleicht hört er dich. Ich gehe ins Flüstern über. Wer? Der Grund, warum alle weg sind, warum niemand hier sein darf. Was soll das sein? Tatsächlich habe ich keine Ahnung, warum hier alle weg sind und die Firma geschlossen wurde. Die gedruckte Visage verzieht nur das Gesicht. Er. Deswegen bin ich in dieser Schublade. Hier ist niemand. Glaub mir, dieser Ort funktioniert anders als andere. Sonst wäre ich ja auch nicht hier. Du musst dich verstecken. Wo? Warte, es gibt... Nein, Moment. Tauschen wir die Plätze. Nein, ich will nicht. Er wird gleich kommen. Mach dir keine Sorgen. Ich kann nicht für immer den Platz mit dir tauschen. Spätestens nach einer Stunde muss ich zurück in diese Form. Okay, 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 okay. Was muss ich machen? Mich berühren. Ich greife nach unten zum Papier und plötzlich wird alles dunkel um mich herum. Schließlich sehe ich mich selbst über mir, nur mit anderem Gesicht. Es lächelt. Es lächelt, schließt wortlos die Schublade. Ich höre die Schritte weggehen und warte. Nichts passiert. Erst bin ich erleichtert, weil er, wer auch immer es sein mag, anscheinend nicht kommt. Aber dann werde ich ungeduldig. Wie viel Zeit ist vergangen? Eine Stunde? Drei? Zehn? Vielleicht vergeht die Zeit in dieser Form anders, denke ich. Niemand kommt. Ich denke wieder daran, dass es vielleicht Nachmieter geben könnte. Vielleicht kommt ja jemand. Vielleicht. Tom ist nicht zufrieden. mit seinem Leben. Viel zu oft stellen sich ihm Probleme in den Weg. Viel zu oft passieren Dinge, die er nicht kontrollieren kann, die ihn fertig machen. Das Leben ist nicht fair und ganz besonders unfair ist es zu Tom. Und das Schlimmste ist, er weiß nicht warum. Warum er? Warum, warum, warum? Es gibt einen Dienst in der Stadt, eine Agentur, die Probleme beseitigt. Nicht nur finanziell wie ein Schuldenberater oder charakterlich wie ein Persönlichkeitscoach, sondern umfassend. Glitzernde Slogans laden ein und auch Freunde, nun ja eigentlich Bekannte, berichten nur das Beste. Doch der Dienst ist teuer. So teuer, dass jeder Fall einzeln verhandelt wird. Aber es muss sein. Tom betritt ein leuchtendes Gebäude. Schnell wird er weitergeleitet und sieht sich einer Dreiergruppe von Männern entgegen. Schauen wir uns das mal an, sagt der eine. Wir machen das schon, meint der ganz rechts. Und der Dritte, der Mittlere, schweigt und starrt. Tom erklärt, was seine Probleme sind. Tom erklärt und erklärt und erklärt. Hm, da ging schon eine Menge schief, sagte einer. Nun, das ist wohl ein besonderer Fall, meint er ganz rechts. Nach Stunden wird ein Scheck unterschrieben und Tom wird herausgeschickt. Die Herren beraten sich. Tom sitzt in einem angenehmen Warteraum und ein Klavier schält sich aus den Lautsprechern. Die Zeit fließt ins Leere und Tom ist zufrieden. Er fühlt sich in guten Händen. Irgendwann holt der linke Mann Tom wieder herein und sie erklären ihm, dass sie das Problem gefunden haben. Tom lächelt, weil er jetzt Gewissheit hat. Tom lächelt noch, als die Herren links und rechts den Raum verlassen haben. Tom lächelt auch, als der mittlere Mann eine Spritze zückt und ihn in den Arm jagt. Tom lächelt. Danke. Tom stirbt. Der gesichtslose Busfahrer starrt mich lange an. Glaube ich. Er ist mir zugewandt, aber mehr weiß ich auch nicht. Der Bus ist voll. Viele sind heute anscheinend gestorben. Die meisten scheinen sich gut zu verstehen. Viele ficken, andere unterhalten sich angeregt über Schachprobleme. Der Service, den dieses Unternehmen bietet, lockt viele an. Günstige Wege in die gute Jenseitswelt. Manche nennen es Paradies. Ich hab da keinen Namen für. Es gibt auch eine schlechte Jenseitswelt und natürlich nennen sie manche Hölle, aber es gibt noch über 300 andere Welten. Angeblich. Niemand kommt zurück. Nur diese gesichtslosen Reisebegleiter. Aber was die sind? Keine Ahnung. Ich setze mich auf den Boden, da sonst nirgendwo Platz ist. Ein wenig Zweifel überkommt mich. War das der richtige Weg? Die billige Busroute? Es gibt teure Flüge in die gute Jenseitswelt. Gedankliche Teleportationen, die ein Vermögen kosten und vieles mehr. Aber ich hatte Hunger und wollte viel essen und dadurch habe ich zwei Dinge verloren. Mein Geld und mein Leben. Jemand spielt Saxophon. Leute haben Geld für ein Saxophon, das nach dem Tod bestehen bleibt, aber nehmen trotzdem die Busroute? Ich habe nur eine Packung Gummibärchen, aber sie knistert rhythmisch zu dem Saxophon. Ganz automatisch. Vielleicht komme ich gar nicht an. Es gibt so viele verschiedene Versprechen, so viele Routen, so viele Möglichkeiten. Das Beste zum kleinsten Preis? Es scheint mir immer surrealer. Vielleicht hat er die große Burgerkette recht, die das Jenseitsleben als verarbeitete Bulette anpreist. Natürlich gibt es auch Skeptiker, die sagen, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Kein Wettbewerb zwischen den Totenreichen. Sozialisten, würde ich sagen. Aber mich fragt ja keiner. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt zählen anscheinend nur noch Sex- und Schachprobleme auf dieser ewigen Busfahrt. Der Bus hält. Viel zu früh. Eigentlich wurde gesagt, dass es Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt dauert, um anzukommen. Aber das war keine Stunde. Die Leute wirken erstarrt. Selbst das Saxophon spielt nicht mehr und auch meine Gummibärchentüte macht nichts mehr. Ich stehe auf. Eine Müllhalde macht sich vor meinen Augen breit. Die skeptischen Atheisten hatten recht. Laute Rufe ertönen und die Leute strömen zum Busfahrer. Aber er schaut gesichtslos, wie er ist, ins Leere. Irgendwann packt jemand den Busfahrer und dieser drückt einen Knopf, sodass sich die Seite des Busses öffnet. Gleichzeitig stellt sich der Bus in Schieflage und alle Leute einschließlich mir purzeln heraus. Ich richte mich schwerfällig aus dem stinkenden Müll auf und sehe mich um. In der Ferne sehe ich ein Flugzeug, aus dem hunderte Leute fallen und grinse. Selbst wenn ich ein wenig Geld für diese Route ausgegeben habe, bin ich immer noch besser dran als alle, die ein Vermögen für die Flugroute ausgegeben haben. Von der Teleportationsroute ganz zu schweigen. George war froh als erster, nach tausenden von Jahren Atlantis betreten zu haben. Sein nächstes Ziel wäre das sagenumwobene New York.